Hey, da bist du ja wieder. Willkommen zu meinem neuen Video und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr 2019 und wünsche dir für dieses Jahr viel Glück und Zufriedenheit und Gesundheit, denn das ist das Wichtigste überhaupt. Heute habe ich das lange erwartete Tapping-Video für dich. Ich hatte das schon mal abgedreht, aber leider habe ich die Datei irgendwie aus Versehen gelöscht, was ich sehr schade finde, weil ich habe so lange getappt, bis meine Finger wie getan haben und deswegen finde ich es besonders schade, dass das jetzt einfach weg ist. Aber zum Glück habe ich ja eine Kamera und kann das einfach alles nochmal aufnehmen. Ich habe mir für dieses Video überlegt, einmal auf meinem Handy zu tippen und einmal auf der Plastikhülle von einem 3DS-Spiel. Ich hoffe, du wirst es genießen. Und jetzt entspann dich erstmal, denn wir fangen sofort an. Und jetzt ist es, dass ich mich sehr schade, wenn ich mich sehr schade, Untertitelung des ZDF, 2020 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 das war es jetzt mit dem 3ds spiel also mit der hülle davon und ich habe mir überlegt vielleicht ein karton zu nehmen auf dem ich oder noch besser da muss ich nicht aufstehen ich nehme ein briefumschlag einen großen und zwar den hier da ist eigentlich gar nichts mehr drin und ich halte ihn einfach so dass man meine adresse nicht sehen kann aber das hört sich bestimmt auch sehr interessant so Das war's für heute. So, bei meinen Fingern geht so langsam irgendwie das Gefühl raus, wegen dem ganzen Deppen. Deswegen höre ich jetzt an dieser Stelle hier auf. Sagt mir doch, was dir am besten gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren, weil dann kann ich vielleicht davon ein Special-Video machen. Und ich freue mich, dass du dabei warst und verabschiede mich für dieses Video. Ich wünsche dir noch einen entspannten Abend, eine entspannte Nacht und morgen früh einen entspannten Tag. Guten Nacht. 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 Vielen Dank.